Hallo! Ja, heute habe ich etwas ganz Tolles in der Zeitung gelesen, und zwar die Kirchen und die Politiker, die wollen sich zusammentun und gegen die AfD kämpfen. Ja, und zwar mit Bibelfersen. Die wollen also Bibelfersen sammeln, ja, und die werden dann auch in ein Buch gesammelt und abgedruckt. Und mit diesen Bibelfersen will man eben gegen die böse AfD kämpfen. Also ich finde das ganz wunderbar, eine gute Sache, weil die AfD, das sind ja wirklich keine Menschen, die Politiker von denen. Ja, aber man muss aufpassen, dass man nicht die falschen Bibelfersen nimmt. Und deshalb habe ich dieses Video gemacht. Ich möchte euch warnen, dass ihr da nicht irgendwie einen Fehler macht und dann geht die ganze Sache nach hinten los. Ja, zum Beispiel sollte man diesen Bibelfers hier nicht erwähnen. Da sagt also Jesus Christus, ihr sollt nicht glauben, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Matthäus Evangelium, Kapitel 10, 34. Ja, und so ähnlich äußerte sich Jesus auch bei Lukas 12, 151, da fragt er, meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden zu spenden auf Erden? Nein, ich sage euch, ich bringe euch Zwietracht. Ja, ihr seht sicherlich das Problem, denn die Kirchen, die werfen ja der AfD vor, die AfD würde Zwietracht und Unfrieden in die Gesellschaft reinbringen. Ja, und da kann man natürlich nicht solche Verse verbreiten, wo Jesus selber sagt, dass er gekommen ist auf die Erde, um Unfrieden, Streit und Zwietracht zu sehen in der Gesellschaft. Ja, und deshalb würde ich vorschlagen, also das ist eine gute Idee mit dieser Broschüre und diesen Bibelfersen. Ja, aber diese zwei Verse sollte man da besser nicht reinschreiben. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Wir wissen ja alle, dass die AfD, aber auch besonders der Putin homophob sind. Das sind Leute, die sind gegenüber der Homosexualität feindlich eingestellt. Wobei man sagen muss, die AfD-Vorsitzende ist ja selber eine Lesbe, aber vom Prinzip her sind also diese ganzen AfD-Wähler homophob. Und besonders auch der Putin, der hat ja die schlimmsten homosexuellen Gesetze auf der Welt. Also genau genommen ist Homosexualität da gar nicht verboten, aber nicht mit Kindern. Also kann man sagen, er ist homophob. Ja, so jetzt könnte man auf die Idee kommen, mit einem Bibelfers gegen die Homophobie der AfD zu kämpfen, aber dazu sollte man nicht 3 Moses 2013 nehmen. Also dieser Bibelfers ist nicht dazu geeignet. Der sagt nämlich, wenn ein Mann bei einer männlichen Person schläft, als wäre es ein Weib, also wenn zwei Männer Homosex haben, ist damit gemeint. Die haben beide ein Gräuel getan. Das ist Volksverheizung. Und sie sollen unbedingt sterben. Das ist Aufruf zum Mord. Ihr Blut sei auf ihnen. Ja, also 3 Moses 2013 fordert also, alle Homosexuellen umzubringen. Und deshalb würde ich jetzt diesen Bibelfers nicht nehmen, um gegen die Homophobie der AfD zu kämpfen. Ja, kommen wir jetzt zum nächsten Vers. Und ihr wisst ja alle, die AfD ist rechtsextrem. Und deshalb will die auch die deutschen Grenzen mit Waffen schützen. Ja, also die Grenzbeamten, die sollen Waffen haben. Ja, ist natürlich vollkommener Unsinn. Man kann denen ja auch Teddybären geben oder Gummibärchen oder sowas. Na, dann können die, wenn die Leute kommen, die Teddybären verteilen. Ja, also kompletter Quatsch. Aber um die AfD jetzt zu bekämpfen, da sollte man jetzt nicht diesen Vers 4 Moses 31 nehmen. Da muss man ein bisschen geschickt sein. Da muss man die richtigen Verse auswählen. Ja, denn 4 Moses 31 ist da total unbrauchbar, um gegen die AfD zu kämpfen. Ja, denn da steht, und Moses war zornig über die Vorgesetzten des Heeres, die Hauptleute über Tausende und über Hunderte. Ja, also das wären heute Bataillonskommandeure und Kompaniechefs. Ja, also er war böse über die Führer des Heeres, die von einem Kriegssug kamen. Ja, und zwar hatten die die Frauen und Kinder am Leben gelassen. Ja, und da wurde der Moses ganz böse und er sagte, warum habt ihr alle Weiber am Leben gelassen? Ja, jetzt geht nochmal zurück und erwirkt alles, was männlich ist unter den Kindern. Und alle Weiber, welchen einen Mann durch Beischlaf kennengelernt haben, die tötet. Ja, also da muss man jetzt mal erst mal sortieren. Wer sollte da umgebracht werden? Also die Juden hatten einen Krieg mit den Völkern Palästinas. Die Juden waren da ja eingewandert, die sind von Ägypten gekommen, sind dann in Palästina rein und haben Krieg mit denen gemacht. Ja, und dann haben die also die Frauen und Kinder am Leben gelassen und da ist der Moses ganz böse geworden und hat gesagt, geht nochmal zurück und erwirkt alle Frauen. Also die Frauen müssen getötet werden und auch alle Kinder. Ja, außer die weiblichen Kinder, die noch keinen Sex hatten. Also die kleinen Jungfrauen, die haben die dann für sich selber genommen. Ja, kommen wir ja jetzt zum nächsten Vers und wir wissen ja alle, dass die AfD ganz rassistisch ist. Wenn die könnte, würde die sogar andere Völker ausrotten. Ja, gut, das müssen wir bekämpfen, diesen Rassismus der AfD. Aber man muss aufpassen, dieser Vers hier, 5 Moses 20, der ist nicht dazu geeignet. Am besten lese ich den mal vor. Aber in den Städten dieser Völker, die der Herr, dein Gott, dir zum Erbe geben wird, sollst du nichts am Leben lassen, was Odem hat, sondern du sollst an ihnen den Bann vollstrecken, nämlich an den Hethitern, Amoritern, Kanaitern, Pheresitern, Hevetitern, Jebusitern, wie der Herr, dein Gott, dir geboten hat, dass sie euch nicht lehren, all ihre Gräuel zu verüben, die sie mit ihren Göttern getan, und dass ihr euch nicht an dem Herrn, euren Gott, versündigt. Gut, also nehmen wir mal den Viktor Orban. Das ist ja der Ministerpräsident von Ungarn und der hat ja gesagt, er möchte, dass Ungarn ein christliches Land bleibt. Ja, solche Menschen muss man natürlich bekämpfen, denn die sind ja nicht Multikulti. Ja, aber dazu ist dieser Vers 5 Moses 20 nicht geeignet, denn der Moses hat ja fremdländische Völker, die in anderen Glauben hatten, alle umgebracht. Ja, also da muss man irgendwie ein bisschen geschickt sein, also da muss man irgendwie einen anderen Vers da reinschreiben, in diese Broschüre der Kirche, mit der sie die AfD bekämpfen will. Gut, aber es ist ja auch kein Problem, friedliche Verse in der Bibel zu finden. Die Bibel ist ja so dick, da sind ja auch eine ganze Reihe friedliche Verse drin. Man kann ja irgendeinen schönen Vers nehmen, irgendeine schöne Geschichte aus der Bibel. Vielleicht irgendwas so mit Tieren, also was ich ja gerne mag, ist dieser Arche Noah mit den vielen süßen Tieren und der Noah und dann werden die alle gerettet, da gibt es also auch noch ein Happy End. Das ist eine richtig schöne Geschichte. Ja, wobei man ja sagen muss, außer dem Noah und seiner Familie sind ja alle Menschen getötet worden durch die Sintflut. Also die sind meistens auf den Bildern nicht dabei. Die sind ja getötet worden, weil das waren ja alles Götzenanbeter. Also die hatten eine andere Religion. Ja, und in der Multikultur Werbung mit der Arche Noah zu machen, wo alle Götzenanbeter ersäuft werden, ist vielleicht auch keine so gute Idee. Aber wie gesagt, da sind so viele Verse drin, ihr werdet bestimmt ein paar gute Verse finden. Ja, kommen wir jetzt zum nächsten Vers. Und zwar hat Jesus ja meistens in Gleichnissen gesprochen. Ja, und in einem dieser Gleichnisse hat er gesagt, was er machen wird, wenn er wiederkommt. Ja, und da sagt er, ich zitiere, doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König über sie werde, bringt her und erwürgt sie vor mir. Lukas Evangelium 19, 27. Gut, also hier erklärt Jesus, was er machen wird, wenn er wiederkommen wird. Als Sohn Gottes und als Richter über diese Welt. Er wird die Angehörigen der anderen Religion, die ihn abgelehnt haben, vor seinen Thron versammeln und die Engel werden dann diese Menschen alle erwürgen. Und er wird zugucken. Ja, das ist jetzt kein Vers, um gegen die AfD zu kämpfen, um für Toleranz zu kämpfen. Und das würde also nur Streit und Zwietracht bringen. Gut, also Jesus hat ja hier oben auch gesagt, ich bin auf die Erde gekommen, um Streit und Zwietracht zu säen und um das Schwert über euch zu bringen. Ja, aber das sollten wir lieber weglassen. Also diese Verse oben und Lukas 19, 27. In einer Multikultur passt das also nicht. Das passt also überhaupt nicht, um die Untoleranz der AfD zu bekämpfen. Ja, ich habe jetzt hier unten das Bild ergänzt. Jetzt haben wir so viele Verse genannt, die man nicht erwähnen soll. Da habe ich mir gedacht, jetzt nehmen wir mal einfach einen Vers, der schön ist. Also den könnt ihr reinschreiben. Am besten lese ich den mal vor. Also der gefällt mir, weil der ist so mit Tieren. Ich mag Tiere so gern. Also ich lese mal vor. Seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in den Scheunen. Und euer himmlischer Vater nähert sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Matthäus 6, 26. Also der gefällt mir richtig schön. Ich mag so Bibelferse so mit Tieren. Also die mit dem Steinigen und Homosexuelle und Kinder erwürgen. Die gefallen mir jetzt nicht so. Die können wir ja einfach weglassen. Wir nehmen sowas mit Tieren. Das gefällt mir wirklich gut. Ja, wobei, wenn man es genau nimmt, da steht ja, seid ihr, also die Menschen, seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Also als die Tiere. Da wird also gesagt, die Menschen sind viel mehr wert als die Tiere. Ja, also da haben die Grünen letztens was anderes gesagt. Die haben gesagt, Tiere und Menschen sind beides Lebewesen und die haben deshalb auch die gleichen Rechte. Ja, da weiß ich also jetzt doch nicht, ob wir diesen Vers da reinschreiben sollen. Ja, das ist immer so mit den Bibelfersen. Also so auf den ersten Blick sehen manche ganz nett aus. Und wenn man dann aber mal dahinter guckt, dann zum Beispiel hier auch mit diesem David gegen Goliath. Das ist ja in Deutschland sogar zur Redewendung geworden. David gegen Goliath, wenn ein kleiner einen großen besiegt. Zum Beispiel ein Bäckermeister besiegt eine Bäckereikette oder so. David gegen Goliath. Ja, und die Geschichte ist auch schön. Da kämpfen die also. Und dann kommt ein kleiner Junge, der David, der ist dann später König geworden. Ein kleiner Junge nimmt einen Stein, schmeißt den Stein nach dem Goliath und der Goliath fällt tot um. Ein kleiner Junge hat einen Riesen besiegt. Ja, aber da muss man aufpassen, wenn man sowas da reinschreibt. Denn die Geschichte geht ja noch weiter. Als der Goliath umgekippt ist, ich weiß jetzt nicht, ob der noch lebte, da ist der David dahin gegangen, hat sein Schwert genommen, also nicht sein eigenes, er hatte ja keins, sondern das von Goliath und hat den Goliath den Kopf abgeschnitten. Ja, und dann hat er diesen Kopf in die Höhe gehalten und hat ihn den gegnerischen Truppen gezeigt. Und da muss ich immer an diese Bilder denken vom islamischen Staat. Ja, das gab es ja in den Hauptnachrichten. Da war so ein kleiner Junge, so ein Taliban und er hatte einen abgeschlagenen Kopf in der Hand. Da haben die wohl irgendwelche Gefangenen getötet und der lief mit dem Kopf rum. Genau das steht auch in der Bibel. Ja, jetzt wisst er wenigstens, wo das herkommt. Ja, und der Grund ist auch der gleiche. Und zwar, ihr wisst ja noch, was da in Frankreich passiert ist. Da gibt es ja diese Satire-Zeitung und da sind die Islamisten reingegangen und haben die alle umgebracht. Ja, ich glaube auch geköpft den Hals abgeschnitten oder so. Mit der Begründung, diese Satire-Zeitung hat also die Religion dieser Menschen beleidigt. Ja, so. Das Gleiche ist ja auch in der Bibel passiert. Warum hat denn David den Goliath getötet und ist dann mit dem seinen Kopf rumgelaufen? Weil der Goliath Witze über den jüdischen Gott gemacht hat. Ja, ist also genau die gleiche Geschichte wie mit dieser Satire-Zeitung in Paris, wo die ganzen Redakteure bei einem Anschlag getötet wurden. Genau die gleiche Geschichte. Ja, da muss man jetzt so ein bisschen vorsichtig sein. Da schreiben die nämlich rein, David gegen Goliath, ein ganz toller Bibelfers. Und im Prinzip rechtfertigen sie damit islamistische Terroranschläge. Ja, vielleicht findet ihr ja noch ein paar schöne Verse aus der Bibel. Um diese extremistische AfD zu bekämpfen, schreibt sie einfach in die Kommentare. Wir sind jetzt erstmal am Ende. Auf Wiedersehen.